hallo liebe leute und herzlich willkommen heute bauen wir eine rakete die auch nachher in der luft gesprengt wird werden ein außen seite werden die hohe und ich bin mir mal wieder mit meinem bruder und dann muss ich gucken was mein bruder gebaut hat meine sache anzucken wie du ihn gleich mal wo bist du immer noch auf der insel du musst das bauen du musst etwas schönes besonderes bauen ich brauche eine rakete die hoch gehen wird mit dem scheiter weiter oder mit ein scheiter ein scheiter davon kann der englieder dd hätten das ist noch nicht anzünden du musst das bauen ja und nicht alles anzünden was bauen ja üle wie cool wir werden auf die bladde boot Cheg mir. Ich bin auch da. Na, du hast meine Little Bird. Na, du hast ihn. Na, du hast ihn. Das ist Na, du hast ihn. Ja, du hast ihn. Ich bin auch da. Das ist verrückt, Wae, man. Ich bin dumm. Ich bin dumm. Ist ja meine Gott. Das ist ja. an so leon du kannst gucken hey die geht gar nicht die ist dein Klaas dann die wird ein Feuerzeug tun doch nein meine geht nicht mit Feuerzeug ja 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 ich mache mal eine höhere rakete ja wenn ich mal einmal mit mir gespielen wenn du den verlierst, dann bist du tot. Ich lute dich mal. Nein. Wo ein Loch ist. Ja, da ist es. Nein, du bist nicht mehr Wasser. Hey, heute haben wir Ferien. Ja, und? Freitag. Heute ist kein Freitag. Und trotzdem haben wir Ferien. Und wer interessiert das jetzt? Mann. Wem? Oh, Leon, bleib doch mal nach Schneemann. Wenn Leon nicht will. Dann hat man da muss ich leider jetzt auch so schwer rauskommen. Nein. Wo bist du? Hier. Wo hier? Da. Ich seh dich nicht. Da. Weil du immer von mir wegrennt, du Pillar. Du, Pillar. Ja, das war ich mit dieser Folge. Ja, wir werden dann nach oben und ja, dann hat die Folge einen Gefallen an. Ja. Ciao. Nein. Ich bin. Ja. Ich bin.